Was ist das Kölner Institut für Managementberatung? Das Kölner Institut für Managementberatung ist eine Personalmanagementberatung, also Organisationsentwicklungsberatung mit den Schwerpunkten der Diagnostik und der Entwicklung. Und das seit zwölf Jahren ganz erfolgreich am nationalen und immer stärker werdend auch am internationalen Markt. Mit welchen aktuellen Themen sind Sie dieses Jahr bei der Messe Zukunft Personal vertreten? Ein spannendes Thema für uns ist das Thema Tests. Das bildet sich bei uns in KI Lab ab, ökonomische Testformate zu nutzen, um qualitativ hochwertige Diagnostik für unsere Kunden anzubieten, aber eben auch wie hier auf der Personalmesse das Thema KI Management Audit als Antwort auf Kundenwünsche. Sie sehen hier die KI Management Audit Klaviatur. Das heißt, wir haben eine große Anzahl an Übungen zur Verfügung und können diese ganz individuell, das sehen Sie hier an den roten Tasten, miteinander kombinieren. Jetzt hatten wir hier gerade die Fragestellung gehabt. Sie suchen einen Projektleiter mit internationalen Kompetenzen. Was suchen wir aus? Was wäre eine mögliche Lösung? Sie sehen es hier an der linken Seite. Erst einmal natürlich passende Übungen aus dem projektbezogenen Kontext. Das heißt, der Teilnehmer würde hier ein Projektauftragsklärungsgespräch führen, das wird simuliert oder eine Projektverhandlung. Mit einem Testverfahren könnte man sich gerade Eigenschaften wie Plan organisieren oder Komplexitätsmanagement beispielsweise anschauen. Ein Interview führen wir regelmäßig durch, um den Teilnehmer auch ganz persönlich kennenlernen zu können. Jetzt gab es noch eine andere Anforderung. Sie haben gesagt, es geht nicht nur um Projektleiter, sondern es geht auch um das Thema Internationalität. Deswegen nehmen wir aus unserem Add-on-Bereich, dort befinden sich sehr innovative Übungen, als auch Übungen drin, die den Entwicklungsfokus ansprechen. Und das Thema Internationalität können wir hier abdecken, indem die Aufgabe des Teilnehmers sein wird, ein internationales Teammeeting zu moderieren. Ich darf jetzt mit Ihnen nochmal einen Blick darauf werfen, was sind die Vorteile, das heißt, was ist der konkrete Nutzen für Sie? Wir haben bisher gesehen, dass gerade auch bei wichtigen Positionen sehr gute, sehr vorhersagekräftige Verfahren selten eingesetzt werden. Wir haben Ihnen die Probleme aufgezeigt, die uns von Kundenseite diesbezüglich häufig genannt wurden. Herr Findeisen hat Ihnen gerade unser Produkt vorgestellt und ich möchte Ihnen jetzt nochmal aufzeigen, was springt dabei für Sie heraus. Da haben wir den ersten Punkt, Professionalität. Sie erinnern sich, es ging um den Punkt Qualität. Wir möchten Qualitäten, wir wissen gar nicht, ob das, was uns der Dienstleister anbietet, überhaupt qualitativ hochwertig ist. Wir können Ihnen garantieren, dass wir einmal über langjährige Erfahrung verfügen. Wir haben uns darüber hinaus auch vor kurzem nochmal von einer unabhängigen Quelle bestätigen lassen, dass wir nach State of the Art arbeiten, das heißt, wir arbeiten DIN-konform. Und so erhalten Sie auch bei einer einzelnen Durchführung die höchstmögliche Qualität. Wir haben, Sie werden sich jetzt vielleicht denken, so ein Modulsystem, wie so ein Baukasten, da werden die einzelnen Teile zusammengebaut. Das kann ja nicht sein. Wir haben einen sehr hohen Aufwand betrieben in der Vorarbeit. Und nur so können wir garantieren, dass Sie auch wirklich, wenn wir Ihnen schnell die einzelnen Bauteile zusammensetzen, dass das Ganze dann eine hohe Qualität hat. Wir setzen nur erfahrene Berater ein. Und natürlich der Punkt Partizipation. Überzeugen Sie sich gerne von der Qualität unseres Verfahrens. Sie können jederzeit am kompletten Prozess teilnehmen, können jeden Schritt überwachen sozusagen und Einfluss nehmen. Der zweite Punkt ist die Unternehmens- und Positionsspezifität. Wir haben hier ein Einzelaudit, dass Sie, wenn Sie nur einen Bewerber haben, auch nur eine Durchführung brauchen. Wir können das Ganze aber so individuell auf Ihr Unternehmen zuschneidern und auf die jeweiligen anforderungsspezifische Position, sodass Sie genau das bekommen, was für diese Position ausschlaggebend ist. Und der dritte Punkt war die zeitliche Flexibilität. Wir können Ihnen garantieren, dass wir Ihnen schnell eine Antwort auf Ihre Fragestellungen liefern. Nochmal zurück zu dem ersten Beispiel. Stellen Sie sich vor, Montag haben Sie das Gespräch mit dem Bewerber und Sie brauchen bis Freitag die Antwort. Kontaktieren Sie uns, setzen Sie sich mit uns zusammen und wir garantieren Ihnen, dass Sie in dieser Woche noch, spätestens Freitagabend, die Antwort auf Ihre Fragestellungen haben. Noch einmal zum Überblick, also Professionalität, die Positions- und Unternehmensspezifität und die zeitliche Flexibilität. Was zeichnet das KIM aus? Das Kölner Institut zeichnet aus seine individuelle Beratungsleistung, was wir nicht nur draufschreiben, sondern was auch drin ist, wirklich Kundenlösungen, keine Vorschriften, keine Vorgaben und dass unsere Berater, glaube ich, ein sehr partnerschaftliches, kollegiales und professionelles Verständnis haben und hier ihre Wissenschaftlichkeit und Kompetenz anbieten. Welche Themen sind aus Ihrer Perspektive zukünftige Herausforderungen im HR-Bereich? Wir machen uns Gedanken, wo sind die gesellschaftlichen Trends und was heißt das für uns im HR-Bereich? Das heißt für uns die Themen wie lebensphasengerechte PE, Arbeitsfähigkeit erhalten, auch im Alter, sowie Virtualität, Mobilität und nicht zuletzt ganz besonders Individualität in der Motivation von Mitarbeitern, die wirklich in Unternehmen aufzugreifen, um eine höhere Bindung, langfristige Bindung auch zu erzielen, wenn der Markt enger wird. Vielen Dank! Vielen Dank!